Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire und was ich genau spiele, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich wieder Clash Squats spiele. Also viel Spaß! Okay, und die erste Runde geht los mit Clash Squat, steht ja auch hier unten. Karte Bermuda. Schauen wir, wie ich mich hier heute schlage. Ein bisschen laut, ja. Oh, geht schon los. Karte Bermuda. Die stirbt doch endlich. Jawohl, ich habe es geschafft. Ich bin nur rumgehüpft. Ich bin ja auch der Schneemann. Oh, komm, mach mal so. Oh, das ist ja diese Strecke. Ah, meine Maus. Okay. Wo sind die? Okay, da ist keiner. Dolte ist einer. Dolte ist einer. Dolte ist einer. Okay. Okay. Habe ich die jetzt rausgeschmissen oder nicht? Das ging gerade so schnell. Nee. Okay. Schnell aufwerten. Okay. 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 ich denke links ist nur einer ich denke links ist nur einer wo sind wir da ist er nicht mit mir soll ich der beste aber egal ich muss ja nicht mal der beste sein doch ich muss doch 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 ok weiter geht es haben wir unten oder oben lang unten oben rechts links rechts oben unten links oben keine ahnung 1st live 1st live 1st live was soll das für eine Runde war ich so gut oder die so schlecht? 2900 Schalt nur? das sind alles meine Teamkollegen, ich habe nichts gemacht gut dann sage ich mal bis gleich, ok ich spiele Battle Royale in Alpine ich bin mal gespannt, Alpine, was war Alpine eigentlich? B nur 6 Leute? 6 Leute haben wir noch 6 Leute ok wir springen raus ach da rechts ist doch schon hier die oh da fliegen auch andere Leute hin also es wird schon spannend, gleich am Anfang ich glaube 3 Leute sind hier mit mir mit mir ja oh da ist ein Helm 2 Helm, habe ich schon Oh! Gut, dass man sich selber hält. Ein bisschen Gold, schadet nie. Snipergewehr, auch nicht schlecht, aber den brauche ich eigentlich auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Nein, da komme ich doch nicht hoch. Meine Güte! Ich kann mich doch nicht so erschrecken, hallo? Okay, jetzt kann ich ein paar Sachen einsammeln. Jetzt habe ich wenigstens eine Tasche. Nochmal G36. Was hat er eingesammelt? Oh, danke. Muss ich nicht mehr so viel suchen. So, aber die zwei muss hier noch loswerden. Warte mal. Ich brauche keinen Granatenwerfer, wenn ich sowieso einen hier habe. Beim Magen knurrt. Ich bekomme Hunger. Okay. Gleich können wir was essen. Aber erst die eine Runde hier am Ende spielen. Oh, ja. Nice. Das war bestimmt ein MPC. Hey. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Okay. Wo geht's hin? Was ist denn da vorne? Ein Tunnel? Da ist ein Haus. Rein mal erstmal. Ein Bunker ist das, oder? Da links ist einer. Ah, Freizeitpark. Wie ein Freizeitpark. Schnell rein, da muss auch ein Shop drin sein. Genau. Schauen wir mal in den Shop. Oder erstmal hochrennen, bevor ich was kaufe und es hier oben liegt. Ne. Ich möchte mich. Upgrade. Eins. Zwei. Zubi. Kann man den noch kaufen. Okay. Dann drehen wir mal wieder zur Zone. Ach, dahinten läuft noch einer. Die Zorne geht zu. Ah, jetzt habe ich Angst, wo es andere Gewehre. Bei der Nummer zwei hatte ich ja vorhin meinen Granatwerfer, den ich ja nicht brauche, weil ich ja einen habe. Upsa. Ich wollte doch rein rennen. Ich gehe eigentlich mehr auf Häuser Kampf. Ich habe zwei, also eine Nahkampfwaffe, die Torge. Oder was. Und. Und. Und halt meine MP5. Eine MP5 ist ja auch eher Nahkampf als Fernkampfwaffe. Naja, richtig Nahkampf ist da auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Oh, da ist ein Pilz. Brauche ich den? Ja, ich brauche einen Pilz. Wenn mein Magen der knurrt. Oh, ist das ein Ural? Schade. Ich möchte mich doch irgendwo verstecken. Boah, mich nicht von beiden Seiten, ich sehe nur von einer. Da hinten ist ein Spieler. Okay. Also hier verstecken wir gut. Allerdings ist die Waffe dafür scheiße. Meine rechte Maustaste geht wieder nicht. Schade. 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 Da oben ist einer stehend. Meine Maustaste geht nicht. Also das liegt nicht an der Maus, sondern das liegt an dem Spiel. Also das liegt an der Maus. Wo ist der Einer? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Heute ist ein Boah Yeah Tag. Gut. Übrigens mit meiner Verlosungsmaschine habe ich das Outfit herausgezogen. Das Witzige ist das Oberteil und das Unterteil. Passt. Na gut. Egal. Das war es für heute. Ich sage vielen Dank für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, dass ihr beim nächsten Mal seid oder heute Abend auch beim Livestreaming. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.